Na ja gut, nehmen wir ein paar Ründchen auf. Heute in diesem Programm Roger und Mario. Wir fahren Stufe 9. Warum rede ich eigentlich so komisch, aber egal. So, ich hoffe, dem Zuschauen meines Kanals geht's gut. Denkt dran, in sieben Monaten gibt's wieder Lebkuchen. Freut euch drauf. Jetzt kommt Ostereier. Jetzt kommt lieber Ostereier. Oh, Eier gefallen mir besser als Eier. Okay, was haben wir denn hier im Angebot? Oh, oh. Das ist das gute alte Begegnungsgefecht. Wenn ihr das nicht kennen solltet, das spielen gerne Oldschool-Player. So wie ich. Roger, geh mal mit deinem Popo vor dem Mikrofon. Also, Begegnungsgefecht heißt nichts anderes wie bei Terence Hill und Bud Spencer. Wir treffen uns in der Mitte, haren uns auf die Schnauze und wer stehen bleibt, hat gewonnen. Meistens liegen wir. Oh, ein aggressiver Push vom VZ. Okay. 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 Schauen wir mal, wo der Frosch die Locken hat, oder? Ja. Schauen wir mal, wo der Frosch die Locken hat, oder? Ja. Ja, das ist ein Tauch. Ich würde mich in der Mitte des Gears nicht kennenlernen. Ein Tourist. Ja. Der ging nicht durch. Das will man in so einem Moment nicht hören. Interessant, dass kein Schuss kam. Ja, dann gehen wir mal vor. Ja. Ich habe einen Nachschuss mit der Himmel. Ja. Ich hab ihn in der Nähe. Ja. Ist das noch nicht so? Ja. Der kommt, geht rein. Also geh mal mit. Ich muss nachladen. Hat er mir schon gewechselt? Ein Mäuschen. So was muss man sehen, da muss man einfach mitmachen. Wenn einer all in geht, einfach unterstützen, das ist wichtig. Meine Zeit ist es ein Himmelfahrtskommando. Mach ich auch gerne. Ah, komm vor. Ah. Hallo, wie hat die gemacht? Mal all in. Stay kept, stay cool. Denk. Oh. Ich muss nachladen. Ich muss schiefen, denkst. Ich muss weg. Komm, bleib mir vorbei, du. Furzknoten. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ziele fast. Ich schieße ein bisschen schrauben. Und wo? Ballon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Sau. Eine Minute, sie können nicht schneller. Ach komm, ich repariere jetzt nicht hier. Eisenfrauen, geht aufs Gas. Wir sehen es. Er ist im Mäht unterwegs, natürlich ein großer Vorteil. Die Torte ist auch da. Mhm. Wir haben noch einen Klicker. Ui, die ist noch voll. Aber nimmer, nimmer lang. Na, wir kriegen mal nix mehr ab. Aber Roger vielleicht. Naja, ich kriege noch ein bisschen. Oder scheint, scheint wohl irgendwie. Der ist afkar. Na, ist doch egal. Wir nehmen alles. Oder mir immer da. Im Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul, wenn man so schön sagt. Sagt man das bei euch auch? Jo. Also, das war wieder eine dieser Runden 15.1, wo der Gegner nicht existent war. Es geht aber auch ganz gerne andersrum so. Typische W.O.T. Runde. Mal gucken. Nicht existent. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, nuller im Gegnerteam. Alles klar. Ich würde sagen, wir bleiben bei neun, oder? Joas. Ja. Wie ist es mit dir, Mario? Fährst du gerne in scharfe Tür? Naja, geht so. Der einzige neuner, den ich habe. Dann würde ich ihn auch gerne fragen. Nein, der ist nicht übel, ne? Den Rest habe ich verkauft. So arm, dass er alle verkaufen ist. Äh, 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 äh. Ich habe genug Gold, ne? Aber... Okay. Kein Silber, aber... Ich glaube, ich fahre da zu den Mäts rüber. Puh, ich muss mich da nicht in Kommandantensicht noch gewöhnen, ne? Irgendwie haben wir ja auch nicht, oder? Doch. Doch, der AMX, der BZ ist auch so ein Heavy, aber halt kein gut gepanzert. Ich fahre. Kriegenbesuchungen. Na? Geht da was auf? Die BZ ist relativ aggressiv. Ne. Hm, kleiner Willkommensgruß. Das war schon was. Hier ist gar nichts bei uns. Kann das sein, Mario? Ja, sieht so aus, ne? Hm, ah, da links. Ah, ich habe... Problem an diesem Chinesen ist, er kriegt die Kanone nicht runter. Ah, Splatoon kommt da drüben. Boah. Du hast genug... hinter dir stehen. Okay, die Splatoon drückt vor. Wir sind leider ein Tick tief. Halt. Ich bin leer. Hau ab. Nein, du kommst immer weg, gell? Nein, du kommst immer weg, gell? Die haben nicht einmal gefeuert, doch. Nr. Für einen Honig bin ich gehört. Mit einem alten E-75. Du kannst... So, jetzt kommen sie. Oh. Finden sie ja. ich habe natürlich verschossen wer kappt denn da auch leute auf stufe 9 kippt man nicht jetzt ist gerade dabei gewesen zu eskalieren und dann kämpfen sie mann 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 egal kommen wir schieben noch eine hunde hinterher es ging gerade los nach komm ich nehme den auch mal jetzt müssen wir den französischen accent drauf schaffen sonst dürfen wir den nicht fahren das ist eine richtige entspannte sonntag abendrunde gar wird nicht viel geredet es ist eine richtige entspannte sonntag abendrunde gar wird nicht viel geredet sprüche gemacht da wird einfach gespielt ein bisschen abgeschalten ich würde gerne ein bisschen training machen ich weiß es nicht ich habe mir so etwas angesagt ich glaube dass die stimmung nicht so toll ist oder sie sind alle im fokus wir müssen es müssen ja ganz viele leute viel kohle machen weißt du da ist doch immer links rüber aber ja bin dabei links rüber los geht's du nicht aber legen ob der hat der roger hat genug gefolgs leute dabei dann kann man ja das hätte ich natürlich geholfen das ist ja der grund des zugspielens gegenseitig hilft okay wir müssen uns auch helfen mario wir sind alleine ja bleiben wir ein bisschen zurück hier oben so so der eigen ist ja jetzt nicht ja 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 ich bin gleich auf der sud drauf jetzt ich bounce natürlich läuft bei mir läuft ja ich glaube es nicht blind also spätestens jetzt ist es ein abo wert leute oder nachdem ich diese blind rausgenommen habe blind blind ja blind völlig blind 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 so mario und ich sind bereit so bereit waren wir noch nie in unserem leben aber ich fahr mal vor bis zum berg gleich auf ja ich habe ihn gekriegt leo Jetzt heißt es, möglichst Geduld beweisen und ganz leise reden. Meinst du, Leo ist alleine? Ah, da ist noch ein Schar. Den Panzer mag ich auch nicht. Wie kann man noch so ein Ding fahren? Leo. Kann er auch hier. Warum geht's da vorne? Na, Spatzl? Sehr schön. Hast du den gekillt? Ah, schade. Der Visor steht da oben. Ja, ja. Trotzdem war es eine gute Tat, ich werde es in Ehren halten. Kommt ein Plakat an die Wand, er hat den Leid getötet. Ja, 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 ich weiß, dass da was kommt. Guck mal, komm mal. Guck mich. das leider ein ticken zu tief leider na komm er ist zu tief tut mir leid mein junger freund du brauchst du nicht hoch ah servus ich bin auch tot leute schade 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 aber ganz allein kann man die seite halt nicht wuppen aber die habeys haben sich durchgesetzt also wenn sie nicht völlig blöd und taub sind und blind müssten wir es haben nehmen wir vor vor ich hab wo noch ne würde ich nicht roger 70 das problem war man sieht es hier am tableau rechts die anderen maids die waren im platoon unterwegs also sie konnten sich absprechen darauf immer auch ein bisschen achten für die anfänger meines kanals die so zugucken schaut doch immer welche panzer im platoon sind meistens fahren die zusammen das haben sie gut gemacht da drüben in der regel ist es umso mehr platoons desto schwerer wird spiel eigentlich wo es gibt platoons die sind haben wir mal speziell gibt es auch das ist aber knappe kiste hier gerade man bleibt bleibt lieber verdeckt das war ein bisschen zu aggressiven roger ja das war der leo ich hab gesagt vorsicht ja jetzt lässt sich egal gut das spiel ist verloren würde ich sagen ja ich hätte den t 44 killen müssen aber er war ein tick zu tief der hat unseren light rausgenommen ich hab ach irgendwie war der zu tief scheiße naja gut beenden wir mal die aufnahme laden wir heute noch hoch gell ok dann machts gut leute sagt er auch noch tschüssi tschüssikowski tschüssikowski Ciao, ciao Roger, nicht holen Sag mal tschüss Bye, bye